Mein Tower, 9.45 Uhr. Tiffany, was machst du hier? Du wirst heute kalt? Ich musste dich mit dir sprechen, aber... Ich bin sorry, Bruce. Das ist für deine eigene Schutz. Hände hinter dir! Hände hinter dir! Auf dem Boden! Jetzt! Auf dem Boden! Bruce Wayne, du bist unter Arrest. Du hast eine Arbeidung, Verabredung und Kriminale Angriff für ein Terroristisches Angriff. Du hast das Recht, um zu bleiben zu bleiben. Alles, was du sagen kannst, wird dir gegen dich in einem Stadten. Gordon? Das ist alles Gordon Biggames, oder? Schau dir die Hände und bleib! Nicht ihn schau dir! Danke für den Begriff, Frau Fox. Du hast eine gute Sache gemacht. Du hast mir geflogen. Du musst du zurückbleiben, oder wir werden uns ein Problem haben. Bruce! 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 I'm so sorry! I didn't expect them to be so violent. So violent! I just wanted them to get you away from those nutjobs. It'll be alright. I believe you. I believe you. Ah, jetzt kommt Waller und löst es auf. Director Waller? Uncuff Mr. Wayne, right now. Or you'll spend the rest of your life as a meter maid. Mr. Wayne is under agency protection and you know it. What? You've known it for some time. Waller and the agency? They're not always gonna be around to save you, Wayne. One day, you're gonna run out of favors to call him. I'm not a criminal. I'm not a criminal, Gordon. Say it. Officer's Ice! He's involved! He's involved! He's involved! He's involved! He's involved! He's involved! This is neither your concern or your concern. Go home, Gordon. You're done with it. The hell I will! If I were you, I'd be very careful with my name's friends. And if I were you, I'd stop interfering with GCPD business. This is my city! I'm not anymore. I'm not anymore. I'm not anymore. I'm not anymore. You're not anymore. You're dismissed. You're dismissed. Excuse me? You tested me. This is what happens. Damn it, Waller! Damn it, Waller! You can't do this! It's well within my power and you know it. Jim, I'm sorry. Jim, I'm sorry. I'm sorry, that this... I'm sorry, that this... Screw you! You gave Gotham to her. Enough! You're ignoring direct federal orders. Time to go, Jim. Time to go, Jim. I don't understand that together. We'll make sure, Gordon leaves. And be right outside. When... When you're ready. I apologize. I'm sorry. 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 Well, you wanted a chance to talk to me. So here it is. Talk. I just don't understand how you got tied up in all this. The agency? If I had known you were... If I had known you were... If I had known you were... What are you doing with them? What are you doing with them? Just tell me... Please, just tell me, Bruce. Look, Tiffany. I'm an undercover operative. What I'm doing... It's dangerous. I'm gonna be honest with you. Thank you for telling me. I'm gonna lie to you and send them away. I see now, though. This is why he's dead. He was involved in whatever you're doing. This work you're doing seems incredibly dangerous. But there's something I don't get. Why you? Why you? I mean, no offense, but... I mean, no offense, but... I mean, no offense, but... Bruce. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Yeah. Yeah. Batman. That's me. Come on. I'm gonna show you. He. He. Hey, Bruce. Wanted to show you a preview of your new Batsuit. I know you and Alfred are still on your well-deserved retreat. But I couldn't help myself. Dad. I'll upload the specs to your private server. All right. Hope you guys are enjoying yourselves. See you soon. I'll see you soon. It's all over. It was hard to believe. It was hard to believe. Hearing. But... Hearing it from him. The truth is there wouldn't be a Batman without your father. Ist das ja nicht ohne Grund? Okay, ich brauche es zu entdecken. Entschuldigung für alles zuvor, aber danke für dich, dass du mit uns vertraut bist. Ich sage nur, dass wir ihn zu schwer bewegen können. Er ist nichtbar, und er weiß, wie er seine Strecke befindet. Unsere einzige Weg nach vorne ist durch Wayne. Ich meine, sie hat nicht viel damit zu tun. Sanctus. Sie waren eine Strecke, die für gut geöffnet wurde, lange bevor wir uns einladen. Aber evidentlich, sie sind auf der Grund. Das ist unser schlimmste Fall. Mit Sanctus auf dem Leisch, diese Forschung stellt eine globale Herausforderung. Wenn ich wusste, wo sie ihre Den haben, hätte ich sie schon vorgelegt haben. Wenn du sie rausgehst, jetzt ist deine Chance. Wir wissen genau, wo sie sind. Das ist nicht so schlimm. Sanctus war dann gefährlich. Es war dann wahrscheinlich gefährlich. Es ist sicherlich gefährlich jetzt. Diese ganze Situation. Es hat mir eine... ...unddessen. 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 Soll ich einfach machen und check den Ort ab. Genau. Genau. Wie du selbst. Ich will nicht warum sie wissen, dass die Batman auf ihrer Seite ist. Ich wüsste, dass du das Typ von Mann, der eine Steine hat. Dann abzuhören. Wir haben deineimante, Bruce. Wir werden dir nach hinten. Mal unterliegen, damit ich weiß, was meine Team und ich dann bekämpfen würde, wenn es geschieht. Oder die Gefahren, Sicherheit, was auch. Der Leben sind in deinen Händen, Bruce. Diese Stadt kann man nicht mehr verbrauchen. und du weißt, dass ihr ihr Gehörverleid doch das Richtige war. Weil sie kann ja alles Leben noch und sie kann ja jetzt wiederhören, sie hat Hörgeräte bekommen. Ich kann euch ja wiederhören.